Wir können den Gruppenführer Fegelein-Dirgendwo finden. Wir haben nichts Unrechtes getan. Steiner und Zehnenforschung erreicht haben, dass wir die kommende Generation nachbar sein. Ich übernehme für alles die volle Fahrt. Aber mein Führer, die zwölfte Armeen erschibt nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armeen! Kehrt mal! Ein Paar für die Mille! Wir wollen doch nur ihren Klub zu gehen! Nicht mal gegenzusetzen! Jeder hat mich verlogen zu machen! Die gesamte Generalität ist in zweiter seinen Haufen geführt! Das ist der letzte Verrat! Nein! Soll mit der zwölften Armee die Sache unterstützen? Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Russen erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Russen verteidigen. Die neute Armee ist nach Laugen hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft noch zehnfaches. Bank soll mit der zwölften Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die zwölfte Armee marschiert nach Westen. Ach, mein Sinner! Mein Fehler, meine Perfee, ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Soll die Eitelzaren hindern, selbstständig zu denken? Fägerei! Wie bitte? Was hat er da gemacht? Allein dafür müsste man wieder... Wir müssen jetzt alle! Dieser Mordfinist hat die Korruption in unserem Staat... Die Logik der Frau... Der vielleicht schon fährt! Wie bitte? Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verlacht! Verlacht! Bringt Sie mir Fagalite! 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 10 5 k S